Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja und heute besprechen wir nochmal den Arena Manager und zwar das Wichtigste, was ihr da so wissen sollt und was ihr so zum Anfang so zu machen habt. Ich würde das Ganze jetzt noch nicht als Guide abstempeln, weil für einen Guide ist es meiner Meinung nach noch zu früh. Wir sollten da lieber nochmal ein paar Monate warten, denke ich mal, vielleicht einen Monat oder so, dann kann man davon sprechen, dass man auch schon einen Guide machen kann. Stand heute, 26.09., wo ich das Video aufnehme, falls das irgendwann mal hier veraltet sein soll, weil es kann ja schon mal vorkommen, dass hier noch einiges passiert, aber das dann in naher Zukunft nicht mehr aktuell ist. So viel schon mal vorab, ja. Wir haben jetzt den Arena Manager ein bisschen schon kennengelernt und ich habe ihn jetzt schon ein paar Stunden gespielt. Gestern hatten wir einen richtig krassen Livestream dazu gehabt, da waren wir glaube ich teilweise über 110 Zuschauer, das war schon richtig insane. Vielen Dank für diesen Support auf jeden Fall an der Stelle und daraufhin wollte ich dieses Video hier drehen, weil viele Fragen doch immer wieder auftauchten. Und deswegen wollte ich mal ein gesondertes Video machen, wo ich dann wirklich alles dazu erklären kann und die Tipps und Tricks euch geben kann, die ich momentan zumindest jetzt schon weitergeben kann. Was in naher Zukunft noch alles so kommt, da mal ganz von abgesehen. So, ich fange mal wirklich sehr, sehr basic-mäßig an und zwar mit dem fahrenden Händler als erstes Mal hier, ja. Der kommt etwa so alle 20 Stunden haben wir jetzt etwa so rausgekriegt. Ich hatte ihn jetzt bisher ein einziges Mal, das war im allerersten Video vom Arena Manager, wo wir das mal getestet haben. Hatten wir die Angebote gesehen, also da könnt ihr auch gerne nochmal auf das erste Video schauen vom Arena Manager, um euch mal die Angebote reinzuholen. Das sind Angebote für Pilze, die bis zu maximal 25 Pilze kosten pro Upgrade, sag ich mal, ja. Und es sind drei Upgrades zur Auswahl und von diesem Upgrade kann man sich eins aussuchen, ne. Das heißt, im Umkehrschluss zum jetzigen Zeitpunkt könnt ihr pro Tag maximal 25 Pilze in den Arena Manager investieren, ja. Also, es ist schon viel auf Dauer gesehen, was die Pilze angeht, wenn man wirklich alles kaufen will. Da kommen wir aber nachher nochmal zu, ob sich das wirklich lohnt, alles zu kaufen, ja. Das im späteren Spielverlauf auf jeden Fall oder im späteren Videoverlauf. Und, ja, da sind so Angebote dabei, wie zum Beispiel, dass ihr dauerhaft euren, ja, Sitzplatz hier als Beispiel boosten könnt. Dann bekommt ihr, ja, mehr Geld dadurch, dass der Sitzplatz schneller runterläuft und, ja, das spült euch mehr Geld in die Kasse. Und so ein Boost, der bleibt immer dauerhaft für 25 Pilze. Dann gibt es zum Beispiel noch so Angebote, wie, dass ihr in der Zeit vorausreisen könnt. Das sind ja alles Gebäude, kann man so sagen, die hier Geld generieren. Und wenn ihr sieben Tage in die Zeit vorausreist, produzieren die halt immer weiter. Und dann habt ihr halt einen bestimmten Betrag auf eurem Konto. Das ist auch ein anderer, ja, Slot, den man beim fahrenden Händler kaufen kann. Dieser fahrende Händler hält immer nur für eine bestimmte Zeit. Ich sag mal so ein, zwei Stunden so ungefähr, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Wie gesagt, ich habe es bisher nur einmal mitbekommen und, ja, ich würde euch aber immer dazu empfehlen, das zu kaufen, was dauerhaft bleibt. Also so ein Booster, der dauerhaft bleibt, weil von dem anderen habt ihr zwar einmal einen richtig fetten Boost, aber danach dann nicht mehr so viel, sag ich mal, ja. Also jetzt zumindest lohnt sich das noch nicht. Später lohnt sich das wahrscheinlich schon. Wenn ihr mehr Gebäude habt und sowas, dann kann man diese Angebote auf jeden Fall wahrnehmen. Aber zum Anfang des Spiels empfehle ich euch wirklich diesen dauerhaften Booster zu kaufen, falls ihr das dann vorhabt, ja. Ansonsten, wenn ihr das doch macht, dass ihr eine Woche vorausreist in die Zeit, dann geht das natürlich auf das Money. Das heißt, das produzierte Money ist im Umkehrschluss sind das Runen, die man dann wieder opfern kann, ne, um denn mehr Prozente zu bekommen. Weil für die Runen, die ihr opfert, werdet ihr auf 0 zurückgesetzt, ja, und dafür bekommt ihr aber, wie es hier halt steht, 5 Runen plus 5% Arenaeinkommen, also Geld, pro Rune. Steht halt so dahinter ab 1000 Runen, kannst du Gegenstände mit mächtigen Runenverzauberung finden. Da kommen wir gleich zu, ja, also wie gesagt, pro 5% Arenaeinkommen pro Rune und das ist halt richtig viel, wenn ihr nachher ein paar Runen, ja, habt. Also wenn ihr jetzt eine Rune habt und die würdet ihr jetzt opfern, dann würdet ihr euren ganzen Progress hier verlieren, startet aber mit 5% mehr Grundeinkommen, sag ich mal. Also es geht 5% schneller, ne, und so stackt sich das halt hoch. Sollte man aber auch zum Anfang noch nicht machen, man sollte erst ein bisschen warten, weil nachher hier unten wird es halt erst interessant, so mit den Sachen, die man hier freischalten kann. Ja, wir machen mal ein paar Skillpunkte hier in den Sitzplatz. Und zwar seht ihr ja hier, zum Beispiel hier unten auf 25, das fängt halt bei 1 an. Ich werde es mal jetzt einfach, es ist zwar nicht sehr schlau, aber ich werde es einfach mal freikaufen. So, ich hoffe, dass mir der Kortrag jetzt nicht böse. So fängt es halt an, auf 1, ne, und das lohnt sich jetzt erstmal noch nicht weiter auszubauen, weil es kostet viel Money und gibt nicht viel Ressourcen hier, ne. Das ist immer das Money, was es halt kostet, um es einmal zu upgraden. Das ist die Zeit, die es zum Produzieren braucht und das ist das, was ihr da rausbekommt, so, ne. Und dieses eine Mal hat sich jetzt halt gar nicht gelohnt. Es lohnt sich zum Anfang eher auf die Standardgebäude hier, auf die Anfangsgebäude zu setzen, weil die halt viel, viel mehr, ja, produzieren. Und ihr solltet immer, das ist ganz wichtig jetzt, ein ganz wichtiger Tipp, ihr solltet immer runden. Denn runde Zahlen werden hier belohnt, sehr großzügig sogar. Denn ihr bekommt immer ab einer bestimmten Anzahl an Ausbildungsstufen, sag ich mal, einen guten Boost und einen Timeskip. Das heißt, ihr fangt zum Beispiel auf Stufe 1 hier mit 18 Minuten an. Wenn ihr die jetzt auf Stufe 2 habt, 2 sind halt, ihr müsst 25 Mal ein Gebäude ausbauen, um das halt auf Stufe 2, sag ich mal, zu bringen. Es steht hier nirgends in Stufe 2, aber es ist Stufe 2. Dann würde das hier jetzt quasi, ich weiß es nicht ganz genau, nur noch 14 Minuten brauchen, als Beispiel. Wenn ihr das 25 Mal verbessert habt und ja, gibt dann auch dementsprechend viel, viel mehr Geld. Das Ganze gibt immer beständig mehr Geld bis zu einem bestimmten Punkt und zwar bis halt zu diesen Rundungen. Da wird das denn mal einen Wert genommen, der exorbitant groß ist und da bekommt ihr dann immer einen richtigen Boost rein. Und diese Rundungen sind halt immer, sind halt je folgt und zwar fängt die erste halt ab 25 an, der erste Boost. Dann geht es auf 50 hoch, ja, dann kommt der nächste große Boost und dann auf 100. Und zum Anfang solltet ihr dann eher den Sitzplatz auf 100 ausbauen und wenn der auf 100 ist, habt ihr schon mal einen richtig fetten Boost, womit ihr denn euren Popcornstand als nächstes auch auf 100 ausbauen könnt. Und wenn ihr das habt, dann produziert der alle 3 Minuten 8000, das ist richtig, richtig viel. Und dann wird es halt kompliziert so. Dann kommt als nächste Stufe, da bin ich nämlich jetzt schon fast, die 250. Ja, da sparen wir jetzt drauf. Jetzt könnte man sagen, ach, dann könnte man das doch hier unten investieren. Nee, lohnt sich nicht, weil du musst halt bis zur nächsten Ausbildungsstufe kommen. Ansonsten hat sich das Ganze nicht gelohnt, ja. Und selbst wenn man das macht, so wie hier jetzt zum Beispiel, auf 25 haben wir das gebracht, bringt das auch nur 2000. Das lohnt sich halt erst, wenn ihr das ein paar Mal ausgebaut habt, ja. Und wenn ihr ein Gebäude halb nur ausgebaut habt, so wie hier zum Beispiel der grüne Balken steht halt, wie weit ihr von eurer nächsten Stufe entfernt seid, ne. Dann lohnt sich das halt erst wirklich so richtig. Werden wir jetzt nicht mehr in diesem Video erreichen, aber das scheppert dann ordentlich, wenn man eine neue Ausbaustufe erreicht hat. Vor allen Dingen bei den Gebäuden, wo man dann halt viel, viel länger an Zeit braucht, ne. Ja, das ist so der Tipp. Auf jeden Fall nutzt die Rundungen. Das geht dann halt noch weiter, so bis 500 kommt dann glaube ich als nächstes, dann kommt nachher 750 und 1000. Da waren wir gestern auf jeden Fall, als die so broken waren, die Werte. Jetzt sind sie gebalanced, jetzt dauert das alles ein bisschen länger. Ja, und ja, ein ganz wichtiger Tipp auch nochmal, was auch noch öfter vorkam oder was ich öfter mal den Tipp gegeben habe, gestern im Stream. Und zwar diese ganzen Gebäude, es ist auch nochmal wichtig zu wissen, diese ganzen Gebäude, die laufen halt die ganze Zeit ununterbrochen weiter ohne Pause. Ja, das heißt, während ihr auf Arbeit seid, während ihr schlafen seid oder was weiß ich, womit beschäftigt seid, ja, laufen diese ganzen Gebäude weiter. Und wenn ihr mal eine lange Zeit nicht vorm Rechner seid, dann empfehle ich euch auf jeden Fall, so weit wie möglich eure Gebäude hier auszubauen. Es bringt nichts, auf Opfern zu drücken, ja, es bringt nichts, auf Opfern zu drücken und dann offline zu gehen. Weil wenn ihr auf Opfern drückt, dann wird alles, was ihr jetzt hier aufgebaut habt in den Stunden, wird dann komplett geresettet. Habt dann zwar vielleicht ein paar Runen mehr, ja, aber dann müsst ihr das komplett erst wieder neu aufbauen. Das dauert sehr lange oder kann zumindest sehr lange dauern in einem bestimmten Teil des Spiels, ja. Weil später dauert es nachher nicht mehr so lange, wenn ihr Summen erreicht habt, die, ja, weiß ich nicht, schon out of space sind, sag ich mal. Dann könnte es nicht mehr so lange dauern, aber vor allen Dingen zum Anfang dauert es lange. Deswegen empfehle ich euch, wenn ihr auf Arbeit seid oder schlafen geht, baut alles so krass aus, wie ihr könnt. Denn diese acht Stunden, wo ihr schlafen seid oder auf Arbeit seid, produziert das die ganze Zeit weiter, ja. Und es nützt halt euch nichts, wenn ihr opfert, ne, und ihr habt dann alles weg, nur der Sitzplatz bleibt noch und der ist auf Stufe 1. Ja, dann bekommt ihr, wenn ihr wieder an den PC geht oder am Handy, bekommt ihr quasi nur das, was halt der Sitzplatz hier produziert hat. Deswegen wirklich sehr, sehr wichtig beachtet den Tipp, bevor ihr offline geht, versucht so weit wie möglich zu kommen in diesen, ja, in den Ausbaustufen und so weiter, damit ihr über Nacht dann wirklich so wie in der Stadtwache, dass wenn ihr aufwacht, könnt ihr einen richtig fetten Batzen Kohle abholen, womit ihr dann weiter hier rein investieren könnt. Und das, das wird, das ist ein Gefühl, sag ich mal, was noch befriedigender ist, als die Stadtwache morgens abzuholen an einem Gold-Event und dann 100, ja, 100 Millionen, ja, durch die Stadtwache in der Nacht generiert zu haben. Weil, ähm, das bringt euch hier nochmal viel, viel mehr, wenn ihr morgens aufwacht, vor allen Dingen diese langen Gebäude, die halt wirklich Stunden brauchen, bis die einmal durchgelaufen sind, das scheppert ordentlich rein. Also ein sehr wichtiger Tipp an der Stelle. So, was bringt euch das Ganze, fragt ihr euch jetzt vielleicht, wurde ich auch ganz oft gefragt gestern im Stream, wie schon erwähnt, ihr müsst Runen opfern, ja, und ihr habt hier schon vielleicht gelesen, ab 1000 kannst du Gegenstände mit mächtigen Runenverzauberungen finden, also ihr müsst erstmal 1000 Runen geopfert haben, das dauert eine bestimmte Zeit. Um, äh, Gegenstände zu finden mit bestimmten Werten drauf, ja, also diese Runen haben zwei Optionen, äh, zwei Funktionen, einmal beschleunigen sie den Vorgang in dem Arena-Manager und auf der anderen Seite geben sie Runenverzauberungen. Diese Runenverzauberungen, die kann ich euch mal kurz zeigen, die habe ich auf dem anderen Desktop und zwar sind das hier diese Runenverzauberungen, die findet man einfach, zumindest jetzt, stand gerade so, am 26.09. findet man sie im Shop random und, ähm, ja, im Zauber- und Waffenladen und hat einfach nur einen bestimmten Wert, ähm, auf diesen, auf diesen Items, die man halt im Waffen- oder Zauberladen findet, ja. Ähm, das kann sich vielleicht später noch ändern, könnte sein, äh, dass da noch ein Update kommt mit, man kann sich die, äh, Verzauberungen selbst aufsuchen, wo man das drauf machen will, aber das sind alle Spekulationen zu dem jetzigen Zeitpunkt. Momentan ist es so, dass man die einfach so random im Waffenladen, äh, oder Zauberladen finden kann, da ist eine von diesen Verzauberungen drauf und, ähm, ja, das sind hier die ganzen Sachen, die es zur Zeit so gibt. Einmal XP, Gold, ähm, die Chance auf, äh, Apex, dann, dass die Itemqualität verbessert wird, das heißt, äh, da kommen wir auch nochmal gleich zu, Hitpoints, äh, dann gibt's die ganzen Schadenssachen, äh, Feuer, ähm, Kälte, ähm, oder Eishalt und Blitz. Und die ganzen Resistenzen gibt's dazu auch und, ja, die haben auch bestimmte Maximalwerte und das meine ich damit, mit diesen, ähm, Kaufen, wo ich nochmal drauf zurückkommen wollte, mit dem Kaufen von Boostern lohnt sich das nur bis zu einem bestimmten Punkt, weil irgendwann seid ihr so weit, dass ihr auch keine Booster mehr braucht, weil ihr sowieso das, das maximale Cap, was es momentan gibt, eh erreicht habt, ja, und wenn ihr am Cap seid und nicht mehr weitermachen könnt, dann braucht ihr auch keine Booster mehr kaufen. Weil ihr eh schon so weit oben seid, also irgendwann hat das Ganze auch ein Ende, ne, natürlich von den Zahlen her nicht, das geht immer unendlich weiter, aber das Cap ist halt trotzdem da, ne, und das skaliert halt mit den Runen, die ihr hier geopfert habt. Umso mehr Runen ihr, äh, opfert, umso stärker können die, äh, Prozentzahlen sein, die ihr halt im Zauber- und Waffenladen finden könnt auf den Items. Und die sind auch extra nochmal gecappt, ja, also ihr könnt maximal bis zu zwei Prozent Erfahrung pro Item finden, ja, also zum Anfang ist es vielleicht ein Prozent oder so, und das geht maximal hoch bis zu zwei, momentan. Und, ähm, das Ganze ist dann als Set auch nochmal gecappt, da kommen wir jetzt auch zu, Gold auch nochmal, hab ich jetzt aber gerade nicht, äh, leider nicht da, auf was das pro Item gecappt ist. Aber ich kann euch sagen, Gold ist insgesamt auf 50 Prozent gecappt, äh, ja, und wenn ihr so und so viele Items habt, ich glaube, momentan ist das bei 16 Prozent pro Item, ähm, bin ich mir aber nicht hundert Prozent sicher. Wenn ihr so und so viele habt, dann braucht ihr da halt nicht höher gehen, oder zum Beispiel hier bei den zwei Prozent Erfahrung ist hier das Maximale, was ihr rausholen könnt, insgesamt bei zehn Prozent. Ihr könnt durch diesen Arena Manager nicht mehr als zehn Prozent Erfahrungsbonus bekommen, ja, heißt im Umkehrschluss, wenn ihr auf Erfahrung gehen wollt, holt ihr euch fünf, ähm, Items, wo zwei Prozent Erfahrung drauf sind, dann seid ihr am Limit. Ihr braucht keine sechs Items mit Erfahrungs, äh, Bonus drauf, weil das Cap bei maximal zehn Prozent liegt, ja, ganz, ganz wichtig. Und, äh, deswegen, ja, maximal fünf Items, weil das Maximale ist bei zehn Prozent, was ihr wirklich nur rausholen könnt. Und bei Gold halt dasselbe, ja, das ist wirklich so. Und bei, äh, ja, im Prinzip bräuchte man für alles noch ein extra Set, dafür hat man aber den Inventarplatz nicht, das ist noch so momentan ein bisschen problematisch. Äh, mal gucken, was da auf jeden Fall noch kommt. Dann hat man hier eine erhöhte Fundchance für Epics, die maximal bei 50 Prozent liegt, ja. Ja, Standardchance ist, äh, bekanntermaßen ja 0,1, bei maximal ist dann 0,15. Gut, dann haben wir die verbesserte Itemqualität, die man haben kann, ähm, das ist maximal bei 5, das sind stufenähnlich der Aura, also der Klo-Aura, die man hier so kennt, ja. Ähm, ähm, und, huch, okay, äh, alles klar, Remastered Version. Ja, und das kann man halt mit der Klo-Aura vergleichen, weil das steigert ja auch eure, ähm, ja, eure Werte von den Items und, ja, das gibt halt durch, äh, durch das Update oder durch das Upgrade von dem Arena-Manager auch nochmal extra einen Bonus von, von Klo-Aura-Stufen. Davon kann man so ungefähr sprechen, ja, also eure Items werden stärker dadurch und das geht bis zu maximal 5. Gut, dann Erfahrungsbonus hatten wir schon. Lebenspunkte, ähm, sind gedrosselt auf 15 Prozent maximal. Ist auch unterschiedlich, was ihr da bekommen könnt pro Item. Weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, wie es da gecappt ist. Auf jeden Fall könnt ihr bis zu maximal 15 Prozent insgesamt kommen. Also rechnet immer zusammen in euren Inventar, was ihr so angelegt habt. Wenn ihr da über 15 Prozent seid, dann ist es schon, ja, eine Waste irgendwo. Wenn ihr jetzt dabei 16 Prozent seid, habt ihr 1 Prozent, was dann quasi gewastet ist, was verschwendet ist. Da müsste man sich dann überlegen, welches Item man da denn reinnimmt, denn an der Stelle, ne, ganz wichtig. So, dann hat man noch den Schadensbonus, Feuereisblitz. Äh, hat nix miteinander zu tun, so. Das ist alles Schaden, ja, das hat keine bestimmten Effekte, nix. Und das geht bis zu maximal 60 Prozent. Das heißt, ihr könnt 60 Prozent mehr Schaden machen. Das ist unglaublich krass für Magier, für Krieger, für alle, ja. Sowohl für die Krieger ist es halt krass mit dem Leben, weil die halt Lebens decken. Und für die Magier ist es halt krass für den Schaden, weil die halt mehr von Schaden profitieren. Aber die anderen können auch von den anderen Sachen profitieren. Also der Magier kann auch von den Lebenspunkten zum Beispiel profitieren, dass der einen Hit mehr aushält. Und, ja, beim Magier ist es halt umgekehrt. Und das, dieser Schadensbonus, der gibt diese Rune, diese Schadensrune, gibt es nur in Waffen. Ja, die gibt es nur in Waffen, die gibt es nicht in normalen Equipment-Slots. Die gibt es nur hier extra für die Waffe. Die anderen können das nicht anhaben. Gut, das dazu. Und dementsprechend gibt es halt auch noch so Schadensreduktionsrunen, die bis zu maximal 75 Prozent gehen. Also ihr könnt sogar mehr deffen, als ihr austeilen könnt insgesamt für die Leute, die sehr passiv unterwegs sind. Und, ja, es gibt auch noch eine Schadensreduktionsrune, die für alle Elemente am Start sind. Und, aber die liegt bei maximal 25 Prozent, weil die halt alle Elemente abdeckt. So, das ist halt eigentlich alles, was es so dazu zu sagen gibt. Das sind die Tipps, die ich euch jetzt momentan geben kann. Und, ja, ihr könnt sie befolgen, wenn ihr das wollt, auf jeden Fall. Und falls es in naher Zukunft noch mehr Updates dazu geben soll, wenn irgendwas verändert wird, werde ich darüber auch nochmal berichten. Ansonsten soll es das für das Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Und, falls es der Fall sein sollte, könnt ihr ja gerne eine Bewertung oder einen Kommentar dazu da lassen. Das war es von mir. Ich verabschiede mich. Haut rein und bis zum nächsten Mal.